Um 9.50 Uhr ist Peter Paul Michalski der Polizei ins Netz gegangen. In Schermbeck am Niederrhein hat das Spezial-Einsatzkommando den Ausbrecher überwältigt. Dabei wurde niemand verletzt. Tagelang hatte die Polizei nach Michalski gesucht. Zuletzt war er in Bielefeld vermutet worden. Am Donnerstagabend waren die beiden Schwerverbrecher, der Geiselnehmer Michael Heckhoff und der Mörder Peter Paul Michalski aus der JVA Aachen ausgebrochen, mithilfe eines Gefängniswärters. Dann flohen sie zunächst mit einem Taxi über Kerpen nach Köln. Schließlich nahmen sie eine 19-jährige Frau als Geisel und fuhren nach Essen. Ganz in der Nähe, in Mülheim an der Ruhr, wurde der erste der beiden Verbrecher Heckhoff festgenommen. Die Polizei fahndete in Bielefeld und Gütersloh nach Michalski, doch die Festnahme erfolgte am Niederrhein. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei hat nun ein Ende. Tagelang hielten die Ausbrecher vor allem das Ruhrgebiet in Atem. Jetzt sind die beiden wieder hinter Schloss und Riegel.